Also ich habe ein Appartement in der Türkei gesucht und habe im Internet natürlich gesucht und habe das Appartement bei mehreren Immobilienmarken gefunden. Allerdings war diese Variante hier die günstigste und ich habe mich dann hier ran gewandt und es war eine wirklich sehr schöne Kommunikation. Es war sehr einfach. Jeder Wunsch wurde hier abgelesen, es wurde einem sehr gut geholfen. Ich hatte am Anfang auch meine Bedenken, ob man hier bedroht wird oder sonstiges, wie das eben so diese schwarzen Schafe, aber ich kann mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dass hier alles wunderbar funktioniert hat und ich jetzt sehr glücklich bin, dass ich heute meine Wohnung hier gekauft habe. So? Okay, danke schön.